Ich habe in letzter Zeit ja auch öfters hier schon gesprochen und habe ja das ganz wichtige Anliegen, dass wir auch im Kleinen etwas ändern können, wenn wir anfangen bei uns etwas zu ändern. Wir können dieses große System nicht mit Mahnwachen lahmlegen, aber wir können anfangen umzudenken. Und dazu gehört eben, dass wir nicht mehr alles nur kaufen, 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 Sachen wegschmeißen, sondern dass wir anfangen regional zu denken, regional zu handeln, uns regional zu versorgen, dass wir Sachen, die wir nicht mehr brauchen, nicht einfach wegschmeißen, sondern anderen zur Verfügung stellen. So mit unserer Bücherkiste hier zum Beispiel, jeder kann sich bedienen. Und wir versuchen auch andere Projekte auf die Beine zu stellen, eventuell versuchen wir mal eine Kräuterwanderung hinzubekommen für diejenigen, die es interessiert. Und aber auch ganz wichtig, was man auch machen kann, ist tauschen. Und dazu gibt es den Tauschring in Braunschweig. Und die Eiche ist heute da vom Tauschring und hat uns ein paar Worte mitgebracht und möchte das Projekt mal vorstellen. Vielen Dank. Hallo, abrupter Themenwechsel. Ich wurde heute gebeten, über den Tauschring zu reden. Das passt jetzt nicht wirklich in die Themen rein, aber ich kann es dir einfach mal vorstellen. Also, wir wurden vor ungefähr 10, 12 Jahren gegründet. Und wir sind eine Vereinigung irgendwo zwischen alternativer Wirtschaftsform und erweiterter Nachbarschaftshilfe. Und der Tauschring Braunschweig besteht aus ungefähr 250 Mitgliedern, davon 80 wirklich aktiv. Und das Ganze kann ich aber mal klären, funktioniert so, dass wir Dienstleistungen jeglicher Art in Mariengroschen umwandeln. Das heißt, eine Stunde hat 60 Mariengroschen. Die werden dann auch als Konto angeschrieben. Und jeder sammelt dann halt seine Zeit auf seinem Konto. Also, wer Kuchen backen kann, backt jemand Kuchen, wenn jemand Kuchen haben möchte. Und jemand, der tapezieren kann, hilft halt beim Tapezieren. Und so kann man wunderbar die ganzen Aufgaben, die man selber doof findet, weitergeben. Und nur noch das machen, wozu man Lust hat. Und so kriegt man dann Hilfe bei der Steuererklärung oder bei der Gartenarbeit, ne, sowas. Und wer sich dafür interessiert, ich habe auch ein paar Flyer mitgebracht, der soll doch einfach mal vorbeikommen. Wir sind dummerweise, treffen wir uns auch immer montags, hier den 1. und 3. Montag in der Petrikirche, auch um 18 Uhr. Also, müsst ihr euch entscheiden. Ihr müsst dann auch nur kommen, um euch mal umzugucken, ob euch das gefällt. Und dann müsste man rein theoretisch nicht mehr zu den Treffen kommen. Das hat sich aber als praktisch besser erwiesen, weil man dann einfach mehr von anderen mitkriegt, was gebraucht wird, was nicht gebraucht wird, was jemand machen kann. Ja, hat jemand Fragen? Ja, natürlich. Einfach Tauschling Braunschweig eingeben oder Tauschling-BS.de. Steht aber auch nochmal auf den schönen gelben Flyern, die ich mitgebracht habe. noch, tra rear-fl grade an der Petrikirche. Dann könnt ihr in der Petrikirche und Ehrceinsatz-T게요. avanz sind clar-fl Audub Squatze Ist ja, ja! hip hopzy metfig. Harap Kyanns